Bilbao, DPA, angeführt von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft seinen achten Sieg im zehnten Spiel gefeiert, und die Tabellenführung gefestigt. Mehr zum Thema Terror Warnstufe angehoben. Belgien gegen Spanien abgesagt Terror Warnstufe angehoben. Belgien gegen Spanien abgesagt Fisselkobe siegt ohne gesperrten Podolski. Fisselkobe siegt ohne gesperrten Podolski vor Duell mit Regionalbahn Leipzig. FC Porto feiert klaren Darbysieg vor Duell mit Regionalbahn Leipzig. FC Porto feiert klaren Darbysieg. Klopp schlägt Kumpel Wagner mit 3 zu 0. City und United siegen Klopp schlägt Kumpel Wagner mit 3 zu 0. City und United siegen 29. Oktober 2017 Das Team um den deutschen Nationaltor Rüther Marc-André Teerstegen setzte sich mit 2 zu 0, 1 zu 0, bei Hertha's Europa-Leagur-Gegner Athletic Bilbao durch. Messi brachte die Mannschaft von Ernesto Valverde gegen dessen Ex-Klub in Führung, 36. Minute. Paulinho erhöhte in der Nachspielzeit, 90. Plus 2. Barca baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger Real Madrid auf 8 Zähler aus. Die Königlichen müssen am Sonntag noch bei Aufsteiger FC Girona antreten. Der FC Valencia hat als Tabellenzweiter 4 Zähler Rückstand auf Barca.